Hallo, herzlich willkommen hier auf der Eurobike 2017 am Stand von Shimano. Mein Name ist Michael Wild. Ich darf euch ein paar neue Produkte vorstellen, unter anderem die neue XT, Deore XT Vierkolben Scheibenbremse, die wir ganz neu vorgestellt haben. Wir sehen sie hier am Fahrrad montiert. Vierkolbenbremse, wie gesagt, das heißt deutlich höhere Bremsleistung, auch eine sehr gute Kontrollierbarkeit. Die Bremse hat eine hohe Leistung, ist aber dennoch sehr, sehr gut dosierbar. Es ist nur der Bremssattel, das heißt sie kann mit allen herkömmlichen hydraulischen Scheibenbremshebeln kombiniert werden, mit denen auch die bisherigen Zweikolbenbremsen kompatibel sind. Wir haben auch hier, wie man sieht, die Ice-Tech-Technologie, das heißt die Bremsbeläge mit den entsprechenden Kühllamellen. Auch bei den Bremsscheiben kommt die Ice-Tech-Technologie, also die Kühltechnologie für bessere Wärmeableitung zum Einsatz. Und das macht diese Bremse natürlich gerade für zwei spezifische Einsatzszenarien besonders gut geeignet. Zum einen, wie wir es hier sehen, für den Bereich E-Mountainbike, zum anderen aber auch für den Mountainbike-Sport ohne E-Antrieb, wo es im Prinzip um die etwas härtere Gangart, um die etwas steileren, schnelleren Abfahrten geht. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017